Liebe Musikbegeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen hier auf der Burgruine in Klöch zu unserem zweiten Burgkonzert der Weinlandkapelle Klöch. Hätte die Begrüßung gestartet, wäre pandemiebedingt nicht die Möglichkeit, hier ein Konzert abzuhalten, uns verwehrt geblieben. Wir sind hier. Wer uns fehlt, seid ihr, unser Publikum. Leider war es uns in den letzten Tagen und Wochen auch nicht möglich, unserer Probentätigkeit in gewohnter Art und Weise nachzugehen. So war es für uns sehr schwierig, uns auf dieses Konzert vorzubereiten, das auch aufgrund der Lockerungen ohnehin zu diesem Zeitpunkt nicht stattfinden kann. Nichtsdestotrotz blicken wir positiv in die Zukunft, deuten die Signale, die uns seitens der Kunst und Kultur vermittelt wurden, positiv und werden auch in den nächsten Tagen wieder mit musikalischen Aufführungen beginnen. Anlässlich des heutigen geplanten Konzertes möchten wir Ihnen trotzdem einen musikalischen Gruß hier aus unserer wunderschönen Burg Arena übermitteln. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik Den schönsten musikalischen Klängen kann man zwar lauschen, aber man kann sie nicht spüren. Was ist unsere Aufführungstätigkeit ohne Sie, ohne unser Publikum, die Empfänger dieser Klänge sind? Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, wie wir die nächsten Wochen, die jetzt noch davon geprägt sind, dass keine Probentätigkeit stattfinden kann, diese Probentätigkeit nach außen zu verlegen, uns im gesamten Marktgemeindegebiet von Klöch jeweils Freitagabend an den traditionellen Probenterminen einzufinden und für Sie zu musizieren. Vorausgesetzt ist schönes Wetter und das Einhalten der Abstandsauffahmen. Damit möchten wir auch bewusst ein Signal nach außen senden, das positive Stimmung vermittelt und nachdem die Probentätigkeit auch in den nächsten Tagen und Wochen noch nicht zur Gänze gewährleistet ist, wollen wir zur Bevölkerung kommen. Unser Zugang ist in unterschiedlicher Formation, an unterschiedlichen Plätzen in der gesamten Marktgemeindegebiet von Klöch jeweils Freitagabend bei Schönwetter, der klassische Probentag, für Sie zu musizieren, im kleinen Rahmen ein kurzes Platzkonzert, eine öffentliche Probe zum Besten geben. Beginnen werden wir damit am kommenden Freitag, den 29. Mai, ab 18 Uhr nach dem am Marktplatz in Klöch stattfindenden Bauernmarkt, werden wir noch einige Stunden dazu verwenden, um unsere musikalischen Grüße auch an Sie persönlich zu richten. Und das nächste Mal live hier in unserer Burgarina sehen wir uns dann hoffentlich am Freitag, den 21. Mai 2021, wo wir für nächstes Jahr unser zweites Burggonzert dann bereits terminisiert haben. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Freude mit der Blasmusik, hoffe, dass wir uns auch in den nächsten Wochen bei Veranstaltungen, Veranstaltungen, die aufgrund der Lockerungsmaßnahmen möglich gemacht werden, auch wiedersehen und unser musikalisches Können für Sie zum Besten geben. Bis dahin, bleiben Sie der Blasmusik treu, bleiben Sie der Weinlandkapelle Klöch treu. Danke fürs Zuhören.